Ich bin Jacqueline Lüthi. Ich bin gelernte Damenschneiderei und habe vor drei Jahren das Golfen entdeckt. Das ist meine Leidenschaft geworden und habe irgendwie gespürt, dass man dort einfach etwas machen muss, was die Mode anbelangt. Als ich gesehen habe, dass es auf dem Golfplatz einfach zu wenig modische Kleider gibt für Damen, habe ich für mich selber mal Kleidchen genäht. Ich ging mit ihnen auf den Platz und wollte einfach mal schauen, wie das Feedback ist. Es war erstaunlich, wie vielmals ich angesprochen wurde und dann kam ich auf die Idee, dass ich eine Golfkleidkollektion entwerfe. Ich habe angefangen mit ein paar Entwürfen, die ich einfach aus meinem Kopf heraus aufs Papier gebracht habe. und hatte dann das Problem, wie ich das Ganze umsetzen kann oder wer das für mich macht. Die Firma, die mir das Ganze ermöglicht, ist die Firma Trendline Textil AG. Am letzten Oktober 2013 habe ich die Idee, die ich hatte, umsetzen. Ich habe mit der Familie und Freunden, die Design zu besprechen und habe die Firma gegründet, die J-Line AG. Der Brand daraus ist Golfkleid.ch, Spiel mit Stil. Und mit dem möchte ich Frühling 2015 auf den Markt kommen. Ich habe immer gesagt, ich möchte stilvoll auf dem Platz auftreten und deshalb Spiel mit Stil. Das unterstreicht das Ganze, das ich so designt habe. Dann kannst du es hier so hinunternehmen. Dann hast du zweifärbig, oder? Während der ganzen Zeit, als ich die Golfkollektion realisieren durfte, hatte ich immer meine Familie und Freunde im Hintergrund, die mir geholfen haben, die mit mir entschieden haben oder Inputs gegeben haben. Meine Tochter hatte immer neue Ideen, schon früher. In dieser Idee habe ich sie gerne unterstützt von Golfkleidern, Entwerfen, Herstellen, Designen und natürlich dann auch Verkaufen. Und da bin ich jetzt mitten drin im Helfenbieren und das macht mir eigentlich wahnsinnig Spass. Was mir hier sehr geholfen hat, ist die Erfahrung von meinem Vater. Er ist mittlerweile auch fast ein Textilprofi geworden. Und das ist ganz schön, dass er sich da auch meiner Leidenschaft hat die ganze Freude teilen konnte. Es ist viel. Ja, es ist super, oder? Die Kollektion, die ich auf den Markt bringe, ist nur für Damen. Ich habe mich spezialisiert für ein ganzes Kleid, sprich kein T-Shirt oder Schüppli, sondern wirklich ein Einteiler, was ich selber finde, dass es sehr komfortabel zu tragen ist. Man fühlt sich frei, man ist nicht eingegängt beim Spielen. Ich habe bewusst ein Textil ausgewählt, das sehr viel Elastan drin hat. Weil da ist der Rücksprung vom Stoff einfach sensationell. Das heisst, die Silhouette des Kleidens bleibt immer gleich. Dann auch sicher der UV-Schutz, der noch so ein Stoff hat. Es wird also nicht verbleichen. Es gibt keinen Peeling-Effekt. Ich habe versucht, mit dieser Kollektion nicht nur Junge anzusprechen, sondern eigentlich von jung bis alt die Leute zu motivieren, mehr so ein Kleid zu tragen. Deshalb habe ich auch verschiedene Designs gewählt, die meiner Meinung nach auch eine ältere oder festere Person tragen können. Es ist sehr fliessend vom Stoff her, es zeichnet nicht ab. Die Kollektion kann man auf meiner Webseite golfkleid.ch online bestellen. Oder man kann es auch in den Golfshops probieren und darüber kaufen. Was mir wichtig war, ist bei den Designs, die ich zeichnet habe, dass ich meine ganze Leidenschaft zu dem Sport und zur Mode mit einbringen konnte. Und ich glaube, das sieht man, das spürt man, dass das einfach Freude macht, wenn man mit so einem Kleid auf den Platz gehen darf. Und wir können einfach so lernen. Ich glaube, das ist eine neue Welt. Und ich bin kein Treu. Meine Liebe, meine König zu Hause, Das ist ein neuer Junge. Ich glaube, das ist ein neuer. Ich bin neuer Guest. Ich bin ein neuer Junge. Ich bin eine große Schlacht-Wache. Ich bin ein neuer Junge. Ich bin ein neuer Junge. Untertitelung des ZDF, 2020